Hey Leute, herzlich willkommen zu Overwatch, zusammen mit dem Jeremy Knurrspund und mit dem Upcraft. Hey, moio. So, ähm, was hab ich gesagt, ich will mit, äh, Dingen, wo ist er denn, da, Reaper spielen, so. Mal gucken, ob ich damit klarkomme, spiele ich jetzt das erste Mal so richtig, aber es fehlt ein Tank und ein Heiler. Äh, ja, aber hier, äh, also steht bei, bei I steht es da, deswegen. Ich hab Pfeif drauf. Ein Pfeif drauf, okay. Hast du. Okay, bin ich mal gespannt, ne, also, äh, könnt mir da gerne auch, äh, Tipps geben oder sagen, in der Situation, was weiß ich, was ich mit dem Reaper machen soll. Am besten auch. Den Rudolfskin kenne ich ja noch gar nicht. Woooo. Ja, ist, äh, Nova heißt der. Was gibt's da zum Platz? Okay. Mal fast, die rennt hier vor. Ja, ja, ja. Ja, muss sein. Ich find's cool, wie er immer seine Pistolen wegwirft und dann instant neuer Hart. Ich geh da hoch. Ich bleib mal hier. Ja. Basti, wenn du low bist, dann, äh, musst du dich immer zum Schatten machen, ne? Ja, mit Umschalten, ne? Und V ist... Einfach, wenn du low bist, shift und weg. Wenn ich low bin, shift und weg. Alles klar, das krieg ich hin. Leute, wenn euch Overwatch gefällt, dann lasst doch jetzt schon mal ein Like da und bitte auch Tipps in die Kommentare, wie ihr Reaper spielen würdet. Würde mich drauf freuen. So, Knurz, was wolltest du sagen? Ach, links hat mich nur gerade hingesetzt. Das lässt dich nochmal hin. Ach, die kommen. Oh, die kommen schnell. Da hast du deinen Schaden. Okay, warte. Rechts um die Ecke. Ah. 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 Instant, hör die und weg. So, jetzt raus. Raus mit dir. Und drauf. Warte. Auf eine. Wow. Fuck. Wow. Ah, okay. Gut. Ah, von hinten, von hinten, von hinten. Habst du, ähm, Special? Ja. Schleich mich von hinten rein. Mach das. Wir müssen die Mercy da wegholen. Fall von hinten, von hinten, von hinten. Ja, ja. Oha. Die war. Shit. Es ist so schwer, halt Solo im ganzen Team zu heilen. Ja. Lass sie mir. Sombra, Sombra, Sombra. Ah, shit. Bin down. Bin down. Fuck. Ja. Ich wollte unseren, äh, Roadhog wieder hochholen. Oh, danke. Ich komme. Sind die durch? Mist. Bin tot. Ja. Sind die durch? Was? Die hinter dir. Hä? Hä? Ich bin doch nicht. Die sind fast on spot. Die sind fast on spot. Ich bin tot. Die sind nicht on spot. Aber fast. Du kannst nicht sagen, Basti hinter dir und ich bin tot. Ja. Nein, dachte es wärst du. Egal. Ich komme, ich komme. Ich bin gleich da. Lass sie mal kriegen, du schlicht wieder heilen. Ich könnte ulten, ne? Ach, scheiß, ich bin tot. Oh, der erkennt. Oh, von hinten schon wieder. Clara von hinten. Hab sie. Kannst du resten? Ja. Nein. Jein. Nein. Alter. Woo. Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Nice ulti. Nice ulti, Basti. Ja, ja, ja. Ich habe was. Halt sie durch. Halt sie durch. Ich kann auch ulten. Ich habe auch schon lange ulti. Boah, ey. Das ist Kombo. Das Kombo. Ja, jetzt ist sie down. Fünfer Killstreak gerade am Start. Da kommt gerade ein ganzes Team. Ja, ja, ist alles gehackt gerade. Scheiße. Ja. Ich brauche dich hier. Oh, shit. Fuck. Hier kommt der. Ja, Mann. Ey, die hackt mich immer, die Dumme. Ich muss jetzt zu Chancred wechseln. Da kann ich jetzt was heißen. Hau ran. Das ist sie hier. Boah, ey. Oben. Nein. Die ist so lauer, die Farah. Alter. Mann, ja. Bin gleich wieder am Start. Komm, das halten wir noch. Von hinten, von hinten, von hinten. Ich kann nicht mehr. Komm, Leute. Wir halten das. Nein, 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 nein. Er hat halt so eine Millisekunde gefehlt. Shit. Oh, Mann, ja. Oh, nein. Komm, komm, komm. Nein. Hab Farah gekillt während Ulti. Shit, Mann. Ich will halt nicht den Tank aufgehen, ne. Ärgerlich. Schade. Ich könnte halt noch einen Healer machen, aber dann, ja, haben wir Tank zu wenig. Jetzt soll ich auf Brigitte gehen? Was meint ihr? Hallo? Äh, Brigitte? Ja, kannst du. Dann haben wir ja zwei Healer. Das ist Sombra, das ist Sombra, rechts. Hm, da ist ich so. Sack. Wahrscheinlich von unten jetzt. Ich werde mich beweisen. Als ob. Tracer down. Boah. Hinter mir, hinter mir, komm, hält mir. Ja, das Ding ist. Alter, erst mal fünf. Jawohl, Tiers, ciao. Ich bin mit Brigitte einfach durch. Bam, fünf Kills gemacht. Ja, einfach irgendwo eine Wand fahren, denn warten müsste er ankommen und ihn auf die Fresse. Und noch Rippen für dich. Ey, Reaper kommt, glaub ich, von rechts jetzt. Ja, ja, Reaper von rechts, Reaper von rechts. Von rechts. Reaper von rechts. Die ist immer Rashed, ja. Hab den Reaper. Gut. Ich weiß nicht, für mich ist, äh, Brigitte irgendwie keine Heilerin. Ich geh mit der immer voll Offensive. Ich bin auf dem Punkt. Aber war gerade die Diva. Ja, immer auch ein bisschen hierbleiben. Immer auch ein bisschen hier beim Punkt bleiben. Ja, ja. Guck mal, geh mal nach vorne heilen. Ja, zu spät. Ja, ihr könnt wissen. Ja, gut. Ich geh auch gerade da. Ist keiner hier. Oh, der Reaper von hinten. Shit. Oh, 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 oh. Ich muss nicht mehr sehen. Oh, den Reaper hab ich total übersehen. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Oh, shit, auf den Punkt, auf den Punkt. Alles doch. Nice, Soul Shot Down. Ich hab meine Ulti. Ich warte auf den richtigen Moment. Ich warte auf den richtigen Moment. Kann sein, dass ich von Rechnung... Reaper von hinten, Reaper von hinten, Reaper von hinten. Ja, kann nicht. Reaper Down, Reaper Down. Ja, war aber gerade eine Ult. Ja, ich hab keinen Rust. Soll ich die Ulti machen, oder ist das da noch? Sinnvollerweise ja. Okay, mach ich. Ich muss ihn halt jetzt ein bisschen verteidigen. Komm, komm, komm. Ich bin auf dem Punkt. Ach so, okay. Okay, hab den Ding so easy. Ja, sehr gut, sehr gut. Nice. Ich bleib auf dem Punkt. Ja, da ist einer. Reaper kommt von der Seite. Nein, das ist Farah. Wollt's mal Heal. Ja, da ist jemand unter der Brücke. Reaper Down. Aha, danke. Helden, sterbe nicht. Da kommt Diva. Dings kommt. Und? Ist jemand unter der Brücke? Da ist jemand unter der Brücke? Da ist jemand unter der Brücke. Da ist jemand unter der Brücke. Ja. Diva, das ist Diva. Das ist Diva. So, Down. Ich liebe dich, Brigitte. Magst du mich heiraten? Da ist ein Reaper. Reaper von der Seite, von links. Da ist unten, ah, da. Meine. Reaper Down. Ich geb mit Brigitte Übel ab. Ich liebe sie. Ich hab immer noch meine Ulti. Setz dich erst ein, wenn's am Punkt kritisch wird. Äh, Diva Ult. Wahrscheinlich. Komm, die ist los. Jemand soll die Widowmaker killen, die ist da hinten. Die kämpft die ganze Seite. Wo denn? Direkt richtig auf. Sag mal wo, Seite. Ja, nicht Seite, die ist so in der Mitte auf so'n, keine Ahnung, auf so'n Stein. Und Diva steht da unten. Oh, ja. Diva ist da unten. Vielleicht ist hier jetzt auch so. Fuck. Nein, fuck. Oh. Hab's überlebt. Ich bin hier. Komm, da ist noch ein'n kleinen Diva. Wohin. Okay, doppel-kill gemacht. So, Diva Down. Oh, oh. Nach 30 Sekunden. Ja, das haben wir in der Tasche. Oh, Tara. Ja, chilled. Ich hab noch die Ulti von mir. Wenn's knapp wird, setz ich die bei uns ein. Schau mal da oben. Ja, das haben wir. Die hatten keine Chance. Achtung, Diva ist los. Diva kann nicht. Alter. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Das war doch echt geil. Das war doch jetzt echt nice, oder? Ja. Ja. Guck's euch an. Guck's euch an. Zack, zack, zack. Achtung, und jetzt. Ja. Ich würd' sagen, das war traumhaft, oder? Richtig schönes Ding. Hier, Upcraft. Nice. Wuh. Ich würd' sagen, das haben wir echt gut gemacht. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Eliminierungen ich hab. So wird das gemacht. Alter, insgesamt 21 Eliminierungen. Bin ich mega zufrieden. Gold Medaille. Ziel, Fortschrittskill. 9 mit Reaper. Und die meisten einfach mit Brigitte, ey. Ich hatte 5 Kills mit, äh, Mercy. Die 12 mit Brigitte. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diesmal greifen wir dann an. Und jo. Tschau. 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 Tschau.